Schon in wenigen Tagen dürfen sich GZSZ-Fans auf ein besonderes Comeback freuen, Liebesgeschichte inklusive. Große Gefühle bei GZSZ Vor einigen Wochen hat es Nina, Maria Wedig, zurück nach Berlin verschlagen und die Mutter von Luis und Toni hatte eine besondere Überraschung für ihre Liebsten parat. Sie hat geheiratet und heißt nun nicht mehr Ahrens, sondern Navarro. Und da klingelt es natürlich bei dem ein oder anderen. GZSZ Alberto Ruano kehrt als Navarro zurück. Mittlerweile ist klar, Nina hat sich bei ihrem Aufenthalt im Ausland in Pedro Navarro verliebt. Der dürfte vielen GZSZ-Fans noch bekannt vorkommen, denn vor über einem Jahr war er als Investor in einem Immobilienprojekt involviert, bei dem er auch Katrin, Ulrike Frank und eben Nina kennenlernte. Nun kehrt Navarro und damit auch Schauspieler Alberto Ruano zurück. Natürlich seine Frau Nina, mit der hatte er im vergangenen Jahr in Argentinien zusammengearbeitet. Aus der beruflichen Verbindung wurde aber schnell mehr und bereits nach wenigen Monaten Beziehung heirateten die beiden auf Pedros Yacht. Pedro hat Nina gesagt, er sei geschäftlich eingebunden. Doch dann überrascht er sie zu Weihnachten, und er hat was Besonderes für sie dabei, erklärt Alberto Ruano die Comeback-Geschichte seiner Rolle gegenüber RTL. GZSZ, Pedro hat ein Geheimnis. Doch ganz ohne Drama geht es wohl nicht. Denn der TV-Star kündigt an, dass Nina und Pedro zunächst zwar wunderschöne Wochen zusammen verbringen, dann aber etwas passiert, das alle überraschen und umhauen wird. Was genau das ist, behält der Mime natürlich vorerst für sich. Allerdings verrät die Vorschau, dass Navarro ein Geheimnis mit sich herumträgt. Da Alberto Ruano nur für einen Gastauftritt zurückkommt, könnte natürlich eine Trennung im Raum stehen. Doch der Schauspieler betont auch, ich finde, sie passen hervorragend zusammen. Nina ist eine selbstbewusste und kluge Geschäftsfrau mit viel Herz. Sie erdet den hyperaktiven Pedro mit ihrer ruhigen, besonnenen Art und macht ihn zu einem besseren Menschen. Womöglich gibt es also doch eine Chance für die Liebe. Womöglich gibt es auch eine Chance für die Liebe.